Denn das Nachtstor, Geisterstunde, gehen bei uns die Lichter aus. Ja, die einen sind im Dunkeln und die anderen stehen im Blick. Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Unsere Gäste aus der Ferne sind verwundert und verwirrt, sind noch nie in ihrem Leben in der Nacht so rumgeirrt. Und die Masse ist verschwunden, gillte planlos, nachte rot. Ja, sie war nie mehr gefunden, Papa lacht sich, wohin doch blut. Aus, aus, das hat der Udo bestimmt nicht gemeint, nicht anspruchsvoll, ob das leicht nicht was Schöneres ist. Ja. Ja. Ja.